Hi Leute, heute habe ich einen kleinen Mini-Blog für euch gemacht. Also da bin ich zum Zahnarzt gegangen und da habe ich da auch schon gewartet. Und ja, dann war ich auch schon fertig und war im Auto. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Zu Hause angekommen, habe ich dann die Tür geöffnet und bin dann erst mal zu Hause mit Treppen hochgegangen. Und dann habe ich die Wohnungstür auch noch geöffnet. Dann habe ich meine Schuhe ausgezogen und dann habe ich euch die Sachen gezeigt, die ich bei Rossmann geholt habe. Und ja, das waren dann auch nochmal die drei Sachen. Und dann habe ich euch die Fake Lashes gezeigt und dann habe ich sie mir aufgeklebt. Dann habe ich noch Aufgaben gemacht und ja, dann habe ich dazu noch was gesnackt. Und dann war ich auch schon fertig mit den Aufgaben und habe dann eine Salzstange gegessen. Und dann habe ich die Fake Lashes wieder abgeklebt und dann wollte ich ausprobieren, diese Wimperntusche und die Wimpernzange. Aber dafür habe ich nicht viel Zeit und ja, tschüss!